Schauen wir mal, wie weit wir es schaffen. 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 Aber ein schöner Mod ist das, echt. Schauen wir mal, wie weit wir es schaffen. 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 Wenn es den anderen Blinker einschalt, kannst du da die Länge einstellen, das ist perfekt. Da siehst du dann, wo er hinten noch wegräumt. Der ist momentan noch ein bisschen überflüssig, weil ich das nicht los wäre, was der fabriziert. Aber ich finde sie toll, ganz gut. Eine hässliche Hupe hat er. Die Hupe findet ein bisschen hässlich, aber sonst finde ich die Teile echt toll. So. Schauen wir dem noch ein bisschen zu. Und da ist mir die Optik egal. Wichtig ist, dass er seinen Zweck erfüllt. Die nehmen ja nicht mit ins Bett. Also von daher. Geht jetzt auch so, Manu. Acht habe ich beschriftet. Du bist jetzt im ersten Rang, der wo... Also das ist die letzte Beschriftung, die du hast. Ansonsten geht es nur noch Level hoch. Ansonsten geht es nur noch. Unbegrenzt Unbegrenzt Du kriegst nur keinen neuen Titel mehr Bleibt bei dem Titel vom Gutsherrn Ich kann zwar nur zwei Ränge dazu machen Warte mal, ich fahre mir da noch was ein Ich fahre mir da noch was ein Ich fahre mir da noch was ein Ich fahre mir da noch was Nein. Keine Ahnung. 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 Der ist ja auch bei mir nicht online. Der wird wieder irgendeinen Stress haben. Der hat aber etwas unregelmäßig Zeit. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt ist das Telefon herangefallen. Und wieder genau unter die Couch rein. Wo ich so gut hinkam. Oh Mann. Ah Ah So Inquiet Möi